So, Bülter dreht sich, dreht sich nochmal, spielt einen schönen Ball, Drexler auf Bülter, schieß Junge, da ist das Tor! Und da macht der Bülter das 1 zu 0, sehr schön herausgespielt, Bülter geht ins Dribbling, spielt den Ball raus, Doppelpass und kriegt den Ball von Drexler perfekt aufgelegt, macht das Tor, wir führen 1 zu 0 und ja, so kann es weitergehen. So, jetzt kommt Villing über die Seite, der ist sehr frei, aufpassen, ah, da steht es 1 zu 1, da steht es 1 zu 1, außen nichts und der war ja mal komplett blank, der war mal komplett blank, Leute, 1 zu 1, der Rodde, Tor! So, Salazar mit dem 2 zu 0, äh, mit dem 2 zu 1, da ist es. Und da macht der Salazar in seinem ersten Spiel direkt das, und der jubelt mit den Fans direkt. Und jetzt kommen wir direkt mit dem nächsten Angriff. So, und da ist Bülter, Bülter, ja, 3 zu 1. So, so, so und nicht anders. So und nicht anders. Ja, und jetzt sieht die Welt doch wieder ganz anders aus. Aydin kriegt da irgendwie den Ball, aber wir kriegen den Ball nicht durchgespielt. Und haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, und da steht es 1, da steht es 1, und wer ist es? Mikhailov. Mikhailov mit dem Tor. Mikhailov mit dem 4 zu 1. Sehr geil. Sehr, sehr geil.